Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 2. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1281 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Nomad, Play Store, LastPass, Spotify, One Password, Tesla und Transformers. Also von Gadgets über Apps bis zu Passwortsicherheit, ein bisschen Charts in Anführungszeichen, neues schnelles Auto in Anführungsschlusszeichen und richtig fette Autos, die Spass machen. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Zum einen haben wir Nomad, die haben mit der Super Slim Case neue Hüllen fürs iPhone 14 und iPhone 14 Pro vorgestellt. Was haben die Spezielles an sich? Ja, Super Slim Case, sagt der Name schon. Sie sind super slim, nämlich nur 0,6 Millimeter dick, nicht mal ein Millimeter dick. Es ist kratzfestes Material, ist aus recyceltem Material vor allem, also die Hälfte davon ist aus recyceltem Material und ist eben glatt und geschmeidig. Nicht glatt, sondern schlank und geschmeidig. Das einzige, was in Anführungsschlusszeichen ein Nachteil sein könnte, der Hersteller Nomad selber beschreibt, dass dadurch die Hülle nur so dünn ist, müssen Sie keine MagSafe-Kompatibilität mit einbauen, wie sonst bei Hüllen, wo man dann noch zusätzliche Magnete in das Case mit einbaut. Das funktioniert dadurch, Sie empfehlen aber das Ganze dann nicht mit einer Autohalterung zum Beispiel oder Velohalterung und solche Geschichten zu gebrauchen, weil dann eben halt der Magnet oder die Magnete ein bisschen weniger stark halten. Apple hat ja schon bekannt gegeben und natürlich macht es auch Google die besten Apps, die es so gibt da draussen für dieses Android-Betriebssystem. Was sind das in diesem Jahr? Ich habe keine Schweizer Charts gefunden, aber die Apps aus den Staaten zu sammeln kratzen können. Beim User Choice wurde Be Real gewählt, beim Game Apex Legend Mobile. Ja, was ist alles sonst noch so mit dabei bei der Sparte Fun Pet Star? Was haben wir irgendwie noch? To-Do-Ist und Pocket für Tablets. Also zweiteres ist für Tablets das erste für die Wear-Geschichte, also die Uhren und so weiter und so fort. Was tauchen da noch für bekannte Namen auf? Einige und doch auch nicht so viele Angry Birds sehe ich hier noch. Ja, ist halt so das, was man eigentlich kennt rundherum, würde ich doch sagen. Dann gibt es Neuigkeiten und einen Grund für euch, wenn ihr immer noch LastPass-Kunde seid, dies schnell zu ändern. Denn es wurde wiederholt LastPass angegriffen und Daten wurden abgeriffen vom Server. Das Unternehmen hat bestätigt, dass dank einem Cloud-Speicherdienst oder einem Cloud-Drittanbieter eines Speicherdienstes Daten abgeriffen worden sind. Nicht nur bei ihnen, sondern auch bei der Tochtergesellschaft GoTo wurden Daten abgesogen und das sollte einfach nicht sein, vor allem wenn es um eure Passwörter geht. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ich habe bei jedem anderen Leck schon gesagt, geht da weg. Es ist nochmals meine Warnung, geht da weg. KeyPass ist zum Beispiel eine Alternative, NPass oder auch Bitwarden. Genau und natürlich das, was ich immer wieder selber nutze und auch propagiere, OnePassword. Das wäre doch eine Lösung für euch. Auf jeden Fall, geht weg. Und solltet ihr noch keinen Passwortmanager haben, dann solltet ihr es unbedingt tun. Aber nicht zu LastPass. Genau. Dann gibt es Meldungen, die kamen gestern noch raus, dass der Elon Musk sich beim Tim Cook bedankt hat. Wieso? Die haben ein Gespräch gehabt und zwar auf dem Apple Campus. Wieso das? Ja, zum einen hat ja Elon Musk Apple beschimpft, dass sie 30% nehmen bei Apps. Das ist eine geheime Geschichte. Ne, wissen wir ja alle. Sogar die Mainstream-Medien berichten relativ fleissig. Jetzt sage ich ja schon Mainstream-Medien. Die normalen Medien, keine Tech-Medien, meinte ich damit, berichten regelmässig über diese Themen. Und das Zweite war, dass mit dem Rauswurf und der Anschuldigung wegen freier Rede etc. Das Ganze konnte zumindest fast alles geklärt werden. Jetzt dürfen wir mal schauen, wie lange das hält, bis dann Elon nochmals irgendwie ein bisschen austickt. Und wieder irgendwas erzählt oder in die Welt rausposaunt. Dann gibt es auch Rückblicke bei Spotify. Ich glaube, ich habe in einem der letzten Episoden zu dem von Apple Music gesprochen. Jetzt gibt es das auch schon bei Spotify. Ich glaube, ihr habt das eh schon bemerkt und es wurde euch schon mehrfach um den Kopf geworfen. Dankeschön für all diejenigen, die uns beim Geek Talk, aber auch hier beim Geek Talk Daily Mitteilungen zugeschickt haben, dass unser Podcast bei Ihnen in den Charts vorgekommen ist. Teilweise sind wir da auf Platz 1, 2, 3 oder ein paar weiter hinten. Es freut uns sehr, 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 dass ihr uns gerne und fleissig zuhört über das ganze Jahr. Besten Dank an der Stelle. Dann gibt es Neuigkeiten bei OnePassword. Wir waren ja vorher schon bei einem Password-Manager. Jetzt kommen wir wieder zu einem. Die haben neue Single-Site-In-Sign-On-Unterstützung mit reingebracht. Wenn man sich mit einem Konto oder mit einem Dienst bei einem anderen Dienst anmeldet, wird das Ganze vereinfacht. Ich bin nicht der grösste Fan davon. Ich nutze jeweils immer, wo möglich, meine eigene E-Mail-Adresse und ein eigenes Konto mit allem Drum und Dran, dass das einfach nicht verbunden ist mit irgendeiner Spy-Software wie Facebook oder Google. Aber vor allem auch, weil ich dann das Ganze abtrennen kann mit separaten Konten etc. Neu gibt es jetzt in der Schweiz zwei neue Teslas. Neu in Anführungs-Schlusszeichen, die sind ja schon ein bisschen länger, aber eben nicht in der Schweiz verfügbar gewesen. Model S-Blade und das Model X-Blade gibt es jetzt endlich auch in der Schweiz. Für all diejenigen, die gewartet haben, jetzt könnt ihr dann bald schon zuschlagen. Vorgestellt wurde das Ganze per 1. Dezember, also gestern in Zürich beim offiziellen Store, den sie da haben. Denn Neuigkeiten werden sicherlich bald kommen. Und für diejenigen, die sich interessiert haben, die werden sicherlich, dass die ganzen Infos eh schon zusammen haben. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen Trailer mit in die Shownotes reingepflastert. Da geht es um den neuesten Transformers-Film, der dann im kommenden Jahr kommen wird, wo ich mich schon darauf freue. Ich bin ja so ein kleiner Suchti, was Transformers anbelangt, weil ich einfach diese geballten Riesenmaschinen und Krach und Action irgendwie mag zwischendurch. Einfach mal zum Abschalten. Und jetzt kommt was? Ja, neue Figuren in dem Sinn. Es kommt ein tierähnlicher, also ein Gorilla-ähnlicher Maximals und ein Predacon und ein Terracon, wie die Dinger heissen. Es gibt also neue Spielfiguren. Auch neue Schauspieler sind mit dabei. Wer mag gerne mal in den Trailer rausschauen? Wo findest du den? Ja, wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. Ich freue mich schon, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn es dann in der nächsten Woche weitergeht. Euch bis dahin ein schönes Wochenende. Und wenn ihr mögt, bis bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.